Alter, was? Alter! Die haben sowas wie eine Funke, glaub ich. Ja? Mhm. Ah ja. Check, check. Ich höre alles gut, verlaufen deutlich, ehrlich. Ja, also wir sollen hier irgendwas suchen in Richtung, Moment. 60 Grad circa, da ist auch Rauch. Läufst du mal rechts den Felsen hoch und guckst, dass der Süß ist? Äh, mach ich grad schon. Ja, ich geh mal hier runter ins Tal. Ja. Ja. Positiv. Haben sie gerade auf dich geschossen? Ja, ja. Ähm, die haben durch die Büsche da einfach Feuer eröffnet. Ähm, ich lock sie raus. Ja. 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 Siehst du in dem Wald? In dem Wald sind uns frei ausgeschaltet. Ich rück mal hier vor. Ich rück gleich an dem Haus. Ich rück mal hier ausgeschaltet. Alles gleich, geh rein. Ich rück mal hier ausgeschaltet. Ich rück mal hier ausgeschaltet. Wolf, status? Wir kriegen Grün, alles gut. Ich bewege mich jetzt zum zweiten aus vor. Ich rück mal hier ausgeschaltet. Alles klar, ich habe diese Device, die wir suchen. Gibt es mir hier Deckung im Haus? Ja, ganz schnell hier. Ich muss mal kurz ins andere Haus eine Sprengleitung holen. Ah, ich brauche den Rucksack. Ich rück mir doch gleich alles dahin. Ich rück mich hier zurück. Ich rück mich hier zurück. Ich habe einen Clamour. Oh Mann, ey. Wir haben einen Fahrzeug gefunden Richtung Nordost. Auf dem Berg. Ja, wie gesagt, die sind da ja am bekriegen, lasst die mal ziehen, außer die kommen in die Nähe. Ladungen sind gelegt, ich würde dann rauskommen. Dann treffen wir uns im Nordwesten in dem Haus. Okay. 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 Ich komme jetzt ins Haus rein Alles klar, ich sprengen in 3, 2, 1, feier in der Haube Sind das irgendwelche Drogen, die auf uns zukommen? Verdammt nochmal We've got an enemy, fast mover, half a click, do not Ich komme aus dem hellen Gebiet raus, Richtung 280 Oh ich wollte eigentlich auch erst später zünden aber ich weiß nicht wie die reichweite von den dingern ist nicht dass sie dann wieder zurücklaufen müssen ja mal gucken was uns erwartet richtung ja guckt da kannst du mal über die hügel schauen aber aufpassen ich habe auch eigentlich ehrlich gesagt keinen bock von da oben beschossen zu werden gleich oder ich hab ne doch nicht ich sehe hier ein feuer am horizont ja das sehe ich auch ich gehe da mehr ran ja ich bleibe dann unterhalb und da steht eine person echt jetzt ich kann das auch machen es war so ein schönes schuss fällt hat mich genau angeschaut ja ich habe erst beim dritten getroffen aber naja verschätzt ja ja das ist ein steingeschoss super super echt so ich habe sicher das gebäude wo der offizier und die super drin sein soll mann ich habe sicht auf die suche check hast du sprengladungen oder soll ich vorbeikommen ich hätte sprengladungen aber das wäre gerade noch zu gefährlich da ranzukommen ich würde gerne den offizier davor ausschalten oder beziehungsweise zeitgleich ja 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 und ja immer ja ah ja da bist du ja ich such dich und komm genau hinter dir ja klar wie dumm hältst du mich eigentlich sag mal so der mg schütze ist ausgeschaltet ich will jetzt eigentlich nicht so viele töten ich will eigentlich mit einem offizier umballern aber mir geht glaube ich anders nicht na gut ich würde dann mal runter kriechen ja 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 Was ist das für mich? Sag mir, wenn da keine Gefahr mehr ist Verstanden, wo? 3-0 Richtung 50 Grad in meiner Position sehe ich eine Taschenlampe, die kommt näher, kann sie die ausschalten, wenn es sicher wird Ich sehe eine Taschenlampe, das war auch klug Ist ausgeschaltet Alles klar, ich bewege ein bisschen objektiv Scheiße, Scheiße, Scheiße Wann, 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 wann Danger close von mir, bitte Panzer Kann ich da nicht rein? Kann ich da nicht rein? Schießt du gerade? Negativ, hat er gerade geschossen Klapp nochmal Kleine Gefahrenquelle wurde bekämpft Danke Ich muss gerade mal hide and seek mit dem Panzer machen, das ist ganz gut angenehm Ich bin schnell ins Haus gerannt, ich behandle mich schnell selbst Der Panzer fährt jetzt... Ladung hoch Ladung hoch, schieß Explodieren Panzerfahrer, er ausgeschaltet Der Fahrer ist ausgeschaltet, ich kann das nochmal Track, da müssten aber noch zwei kommen Der Fahrer hat nur rausgelookt, den hab ich rausgeschossen Gut, äh, sagt man was du siehst, dann sagt man sicher einen Weg raus, weil das ist ziemlich hell hier unten Ja, positiv, ähm, gucken ob du zum Panzerkopf den hochjagen kannst, ich glaub ich trau dem nicht Hm, ich hab nur noch Claymore leider Egal, dann komm raus da Kontakt, Tank, 100 Meter, nach rechts von uns Alter Ähm, wir haben ein Problem Das hat was größeres gerade auf mich geschossen und es versteckt sich vor mir im Wald Ich hab's Gesicht, das ist eine Anti-Air Man, das wir die nicht gesehen haben, scheiße Ja, ist vorbei, die Anti-Air fährt rummelt in eine Heat Also weg oder in der Nähe? Ja, ich bin tot, ich bin tot, die hat mich auch umgeballert, die schießt mit, die fährt mit Heat rum, das ist komplett egal was passiert Naja, schade Warten wir noch 100 Sekunden und mal gucken, vielleicht können wir dann irgendwie nochmal weiterspielen Ja gut, ich warte mal 100 Sekunden und mal gucken, vielleicht gibt's ja irgendwie sowas im Respawn oder so Ja gut, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot 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 Ich bin tot Ich bin tot